Oh, ich bin im Postdorn. Wir müssen zu Shields. Wir laufen mal komplett zu Shields rüber. Dann ziehen die Leute alle von O2 weg, wo ein toter Winner liegt. Alter, gerade hab den Asteroids gemacht. Bin zu Shields gelaufen. Gucken wir mal, wo hier noch was ist. On Rising ist ein Reaktor. Einer ist oben in der Cafeteria. Alle hart auseinander. Wir gehen mal an Admin rein. O2? Liegt noch jemand? MadB sind zwei Leute gewesen. Die sind jetzt rausgekommen. Cafeteria sind die rein. Boah, ziehen wir mal durch, wa? Fünf, sieben, vier, acht, sieben. Hä? Vicky läuft einfach nicht los. Alles klar. Eieieieieiei. Holy shit. Ja, war auch eine lange Runde. War auch eine lange, lange Runde. Äh, Ricky, warum läufst du nicht los bei Admin, wenn O2 ist? Ja, ich hab gedacht, du bist fertig mit deiner Karte und du machst es. Wir sind ja mindestens noch zu fünft, hab ich mir gedacht. Irgendeiner wird da schon hinrennen. Das stimmt, also ich hab das gemacht und ich hab auch den O2 in Admin gemacht. Aber ich dachte mir so, du läufst halt gar nicht los. Das ist aber jetzt irgendwie doch ein bisschen verdächtig. Ja, ist gut. Aber du bist mir am Anfang super verdächtig vorgekommen, weil ich hab oben zum Beispiel dieses Mülldingen leer gemacht. Ja. Und ich denk mir so, da wo er steht, da ist nichts, was man machen kann. Doch, ich hab ein Download dort. Ach so, Download. Okay, ja stimmt, der ist da oben. Ich hab ein Download gemacht und bin dann zu Astroids. Da dachte man so, ne, Astroids machst du jetzt nicht, läuft das mit den Leuten mit. Und dann haben wir uns wieder... Aber wenn, wenn ich ja wäre, dann hätte ich Ninka getötet, als wir beide zusammen in Medical eingesperrt waren. Oh. Ja, ich war die ganze Zeit immer eingesperrt. Einmal war ich im Lager eingesperrt, dann war ich im Medical eingesperrt. Der Imposter hasst mich, es muss Björn sein. Ne, tatsächlich, guck mal, ihr wart jetzt gerade zu zweit in Admin und Whisky lag jetzt gerade auf O2. Ja. Aber das habe ich jetzt bei Björn schon mehrfach beobachtet, dass er das, dass er gerne O2 macht und dann da rumdümpelt. Hm. Also ich bin mit denen auch wohnt. Und ihr wart ja, und ihr wart ja gerade zu zweit. Nein, 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 das ist ein Self-Report, Leute, ne, ist euch klar. Ich bin gerade, ne, ne. Dort hat euch mal gerade Atmen, ich hab mein Lager auch aus, gerade ganz unten. Womit du was Atmen? Aber warum bist du nicht zur O2 gelaufen? Ich hab's die ganze Runde nicht gemacht, tatsächlich. Das ist 100% ein Self-Report. Das ist kein Self-Report. Oh mein, okay, es ist ein Self-Report, wenn ich raus bin und es nicht Dings ist. Ihr wisst es. Au. Oh. Fuck. Dann müsst ihr die. Wollen, das funktioniert ja jetzt eh nicht. Das ist doch, das ist doch shit. Warten wir jetzt einfach auf den Cooldown für den Kill? Wollen wir jetzt einfach auf den Kill-Cooldown warten, oder was ist das für eine Aktion, die wir hier tun? Also Riki steht die ganze Zeit neben mir. Jaja, wir laufen alle zu dritt rum, aber auf was warten wir denn? Dass der Kill-Cooldown passiert? Die Tasks schaffen wir nicht mehr, also müssen wir jetzt Voten. Okay. Ja, ich hab Tasks gemacht und Riki ist mir grad die ganze Zeit in den Tag gelaufen. Ne, also, wir erreichen ja nichts mit den Tasks. Jaja, das ist, also wir können die Tasks weitermachen als Gruppenteam, das ist ja nicht das Problem. Ne, aber sobald der Kill passiert, ist es 1-1, dann gewinnt er Impostor, wenn der einen Kill macht. Stimmt. Also es ist scheißegal, wenn wir zusammen rumlaufen. Das ist recht. Ja gut, und er hat gerade gesagt, das war ein Self-Vote. Also wir beide waren zusammen. Ja. War aber doch ein Self-Vote. Ja. Also für mich bist du Self-Riki, deswegen, ich hab's direkt gewordert. Ja, und dann wissen wir's. Wir wissen's halt nicht. Ja, wieso nicht? Okay. Also ihr habt ihr eh schon gewohnt, wenn wir sprechen, bringt das jetzt eh nichts zurück. Aber... Okay, warte, ich muss jetzt mal überlegen. Wen magst du weniger? Ja. Ja. Ich überlege tatsächlich, also Ben ist vehement der Meinung, dass du safe bist. Ich bin halt mit Riki zusammen rumgelaufen vor dem letzten Report. Habe ich mich so getäuscht und habe die Farbe blau und rot so krass verwechselt. Nein, hab ich nicht. Warum rot? Jetzt ist es Riki. Das ist, das ist echt fies, weil ich bist auf keinen Fall. Hm. Nein! Echt! Hoppala! Hoppala! Upsi! Ich fundiere dir, Ben. Oh mein. Hey, und ich hatte am Anfang wirklich das Gefühl, dass es da oben nichts gibt. Hey, und ich hatte am Anfang wirklich das Gefühl, dass es da oben nichts gibt.